Und da Eis gekürt Und dazu ein belegtes Boot mit Schinkel Welches Team tut man aber zufällig? Ich bin rot, aber es sind quasi keine Spieler mehr da Ja, ich finde es auch rot Ja, aber es sind quasi keine Spieler mehr da Ich weiß nicht, ob ich das noch will auf dem Server Dann suchen 9 Aber warum zu meckern Aber ständig muss ich 9 zuaversuchen Immer wenn ich daran schuld Jedenfall, du bist immer schuld Ja stimmt, das ist Regel Nummer 1, wenn ich schuld Wenn Regel 1 nicht eintritt, tritt Regel 1 in Kraft Ja Lassen Löffel schmelzen Ach quatsch Okay Ich habe jetzt in einer sehr merkwürdigen Sekundärwaffe für ein Pyro gefunden Oder hergestellt besser gesagt Wollen wir jetzt hier drauf bleiben? Natürlich Ja Aber kann schon sein, dass Whisky auch dazugehört zu den Typen Ach, wir haben schon wieder fast die Runde rum Das wäre super Das wäre super Ja, ja, wir haben verloren Also weil Pause hoch Weil die 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 Also Quatsch Und Sparek Die rennen halt nur als Ah, und Whisky hat mich direkt wieder gebacksteppt Ich bin tot eigentlich Deswegen mach mich kaputt Die Drei 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 rennen halt nur als Äh Malek 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 Mhmm Kann ich die Sentry mich kaputt haben? Weil du sie treffen müsstest dazu Sozusagen ich treffe sie ja Sozusagen ich treffe sie ja Sozusagen man treffe sie nicht Ähm Ah, ich bin tot Also Ich Ähm Ich 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 Und Was Hey Und Wieder Hier Dingens ist tot Ein Demonman von uns Jetzt Ist es GTK wahrscheinlich Aber es gibt doch keine Killanzeige für dieses Verkleidungsmesser Ab bei mir schon Kann man so sein bei den anderen nicht Ne Nur bei denen die die getötet wurden Von dem Ding 5 4 3 2 1 Also Tschüss Das ist eindeutig falsch Äh Von der Stärke her Wenn man das komplett immer getötet Auf einen Kopfballert Und wer schickt man Ich hab mir das sehr lustig Waffe jeweils getroffen Ich hab keine Ahnung was das für eine Waffe ist Aber kam ich auch nicht trotzdem damit Ja ich möchte Team scramblen Ja hier Nein Schließenden Da 1 Das finde ich eine sehr gute Idee Team scramblen Ich hab keine Abstimmung Du ne Keine bekommen Ja Links eingeblendet Dieses gelbe Dingens Keine richtige Abstimmung Ich ne Ich hab einfach mal auf F1 geklickt Ne du musst auf 1 drücken Der ist jetzt irgendwie raus So wie das aussieht Quatsch Das ist raus und Subbrek ist auch noch drin Aber Whiskey ist raus ja Zumindest der Nervtyp ist dann weg Quatsch! Der rennt nur unten. Sie sind jetzt im Team Blue. Yay. Felix bist du überhaupt noch da? Du machst nämlich gar nix. Ja. Hast du jetzt beide blau? Ich bin gerade blau, ja. Aber Guppy ist noch rot. Ich bin immer noch rot. Äh, Teams mischen. Ja, von mir aus. Ob Quatsch und Subrack wollen in den Unterschied dieses Teams kommen? Ich vermute ja nicht. Ich bin jetzt blau, ja. Ich muss jetzt auch rot schießen. Verdammt. Jetzt bin ich rot. Quatsch genau so wie vor jetzt. Oh, nee. Jetzt bin ich auch rot. Aber jetzt ist Guppy drüben bei Quatsch und Subrack. Ja, voll. Ich bin auch rot. Aber darf die mal getrennt werden? Nee, irgendwie nie. Aber jetzt ist ja noch unfairer, wenn ich mir so die Punkte eingucke. What? Null. Oh, da kommen sie wieder von hin. Ich könnte fairer sein. Könnte fairer sein, glaube ich. Aua. Dann kam ein Kripper. Der Rückenschmur und Globetrotter. Aber ich habe endlich was, was auf entfernen und Leute entzünden kann. Juhu. Was ist denn das? Die Sekundärwaffe oder so eine komische Pistole? Geh. Mission end in 60 seconds? Was? Ach stimmt. Irgendwas verpasst? Hihi, entzündet. Wow. Au. Den sind total der letzten interior. Der kommt in kurz. Zapprick und Quatzert wieder und Onn od 항ht. Da hat mich der Coopie erledigt. Er hat mich der Coopie erledigt. Düm düm. Es ist ein bisschen aufwärter, wenn man sich in die Sniper rein rein stellt. Wir haben übrigens sogar AFK-Typen. Wer über sich in die Sniper reinstellt und nicht aus bu inhabited einem Sniper. Könnt die Mts? Nein? Hasja посмотрим weit. 4 Minuten auf der Uhr. Bist du irgendwas verpasst? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ist das Team Scramble einfach übelst durcheinander gekommen und mit den Ansagen? Raus, also ist jetzt... Boah, ich hatte so viel gekürzt und hab keinen gekriegt. Der Monster hat mich erledigt. Also Teleporter funktioniert schonmal super. Da schlägt jemand mit den Fisch zu. Was, da schlägt jemand mit den Fisch zu? Hm, hast du das gerade nie recht oben gesehen? Da hat jemand mit den Fisch zugeschlagen. Die heilige Makrele. Genau. Wurde ich auch schon gekillt mit. Die hab ich aber heute verprutzelt. Also die hab ich verbaut. Oh. Teleporter wollte hier viel sehen. Die Sentry dort oben. Start hier mit der Teleporter hin, okay. Ja, wie der Baric halt nur an seinem Kunden dran bleibt, obwohl ich nur noch 7 HP hab. Wer sind bei Rot bei euch? Niemand, oder? Ne, doch. Rot ist Titel für doch alle außer Kopie, oder? Ja. Ja. Dein Teleporter geht nicht. Ne, immer. Dein Teleporter geht nicht. Ne, keine Ahnung, geht nicht. Hab ich eigentlich den Sniper weggemacht. Steine 9. Wo ist das mit den... Bereits gebaut? Hä? Meiner steht noch. Na, du musst Eingang und Ausgang gebaut haben, ne? Ja. Bereits gebaut, steht bei mir da. Meiner steht noch. Ja, das funktioniert auch bei mir. Also... Bei mir hat's gar nicht geklappt. Wo das Ding voll war. Brutzel. Schnell. Machion M. Sind 10 seconds. Loh, sie kann der Kundin von einer direkten Raketentreffer nicht sterben. Die sterben, meistens, direkt aus. Das geht irgendwie... Da gibt's auch ein Entscheidение für uns, äh, der Raketentreffer nicht zu sterben. Von einem kritischen Raketentreffer? Ja. Kannst du überleben. Aber ich will's gar nicht. Als Soldat, glaub ich, musst du das überleben. Ist egal, glaub ich. Oh, die zweite Deck. hey da wird jetzt ja jetzt ist halt die frage wie fährt jetzt noch ist weil er gerade eben schon gewonnen haben das verteidige nach punkten mag die sentry nicht weiß nicht was das soll mit dem sentry umfolge fehlgeschlagen dann halt nicht werden das vorgeschlagen das steht eigentlich immer da du wolltest wieder zu uns ja aber es ist relativ wahrscheinlich dass irgendeiner von uns dann bei dir drüben auf seiner seite ist achtung schneider unterwegs 20er ping nur fünf Prozent mehr als eben so wie siebzig aber ich bin auch im WLAN wie kann ich denn wie kann man was gegen das Zeug vom Spion tun wenn der kann nur der Ingenieur selber